Hallo und herzlich willkommen an alle alten und neuen Abonnenten. Ich bedanke mich für euer Vertrauen und dass ihr mich auf meinem Weg ein Stück begleitet. Vielleicht knacke ich ja sogar die Tausender Marke in diesem Monat. Dieses Video entstand ziemlich spontan heute. Ich habe eine Meldung gelesen, die hat mir so ein bisschen die Schuhe ausgezogen. Und da habe ich mir gedacht, das musst du in einem Video verarbeiten. Und das mache ich jetzt gemeinsam mit euch. Das ZDF fragte am 17.12.2021, wird Omikron das Ticket aus der Pandemie? Natürlich sind die Forschenden hierzulande wie immer vorsichtig, ja keine Hoffnung aufkommen lassen, immer schön im Paniklevel bleiben. Trotzdem lesen wir, Omikron wird dazu führen, dass sich mehr Menschen infizieren und eine Immunität bekommen. Ob das reicht, dass SARS-CoV-2 endemisch wird und die Infektionen beispielsweise im nächsten Winter nicht das Gesundheitssystem überlasten, das würde ich abwarten, sagt Carsten Watzel. Wir lesen weiter über Herrn Watzel, wann ein Virus endemisch ist, lässt sich laut dem Wissenschaftler auch eher im Nachhinein sagen. Das ist ziemlich einfach, dafür muss ich kein Wissenschaftler sein, um festzustellen, dass sich etwas erst im Nachhinein sagen lässt. Aber da will ich nicht weiter im Detail drauf eingehen. Wichtig bleibe das Impfen, das ist das Credo auch am 17.12. Besonders die Booster-Impfung ist ganz wichtig, denn jedes Prozent mehr an Geboosterten und Geimpften hilft, die Omikron-Welle abzuschwächen. Das ist die Aussage am 17.12. Dann dachte ich mir, jetzt gucke ich doch nochmal mit euch gemeinsam über diese Impfzahlen und was das ergeben hat. Also Deutschland hat eine aktuelle 7-Tage-Inzidenz am 5.12. von 312,9. Das sind die, ich zeige euch kurz nochmal die Ausschläge bei den Test-Positiven und bei den an und mit an Corona-Verstorbenen. Einfach nur, weil ich die gleich zum Vergleich mit Südafrika brauche. Zwei anderen da spielen in der zukünftigen Berichterstattung in diesem Video auch noch eine Rolle. Nämlich Dänemark und Großbritannien, deswegen habe ich die auch mit eingeflochten. Wir haben also jetzt hier die Impfung ganz kurz noch zu Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt am 4. Januar 71,3% vollständig Geimpfte und schon 40,1% Geboosterte. Das sollte doch für eine gewisse Entspannung sorgen bei dem großartigen Impfstoff, der hier zur Verfügung gestellt wird. Dann haben wir Dänemark, 7-Tage-Inzidenz, 2.183,7 am 5.01. Über 2.000. Hier haben wir die Ausschläge, Test-Positive und die Menschen, die daran verstorben sind, an oder mit Corona. Impfungen in Dänemark noch mehr als in Deutschland, 78,8% vollständig Geimpft, 49,8% Auffrischung, also fast noch mal 10% mehr als in Deutschland und die Zahlen dennoch noch schlechter als in Deutschland. Dann Großbritannien, eine Inzidenz von 1.891,6 und man macht ja immer noch alles an der Inzidenz fest, also Schließungen und so weiter und so fort. Hier haben wir die Ausschläge. Was mich völlig überrascht ist, dass in England, wie schon gesagt, die Zahlen verhältnismäßig niedrig sind und in Deutschland doch deutlich höher sind. Aber wir haben ja schon gehört, angeblich hat man sich in England mehr immunisiert durch eine höhere Durchseuchung der Gesellschaft. Naja, das lassen wir mal so stehen. Geimpft ist in England nämlich auch nur 70,6% und damit nicht mehr als in Deutschland und die Auffrischungsimpfungen liegen bei 51,1%. Also da müsste man eigentlich deutlich niedrigere Zahlen erwarten dürfen, denn jetzt kommen wir zu Südafrika. Dort liegt der Inzidenz bei 100,8%. Ich erinnere nochmal dran, Dänemark über 2000 und Großbritannien knapp an 2000. Und jetzt kommt die Afrika, wo Omikron hergekommen ist. Hier sehen wir nochmal die Ausschläge, Testpositiven, wie schnell das zurückgeht. Und wir haben hier unten ganz minimale Ausschläge bei den Verstorbenen. Und das bei einer Impfquote von 26,8%. Vollständig Geimpfter. Man kennt Boostern, kennt man in Südafrika überhaupt nicht. Da liegen die gesamten Impfungen erst bei 32%. Gut, aber weiter im Text. Wird Corona durch Omikron endet, fragt man sich dann auch noch einmal am 3.1. Und wenn sich die Omikron-Variante auch bei uns so stark durchsetzt wie in Südafrika und jetzt kommt halt Großbritannien oder Dänemark und die Infektionen so überwiegend mild verlaufen wie dort, besteht eine realistische Wahrscheinlichkeit, dass die Pandemie auch hier jetzt landet, zu einer Endemie wird. Das sagt kein geringer als Michael Weber, Präsident des Verbandes der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands. Also alles, ja, milde Verläufe. Omikron zwar hohe Ausschläge bei den Testpositiven, aber im Großen und Ganzen milde Verläufe. Kein Grund zur Panik. Aber wir haben hier in Deutschland ja Panikhalle. Und der hat den Kampf gegen Omikron ausgerufen. Während die südafrikanischen Wissenschaftler sagen, Omikron ist mehr als ein Freund, als ein Feind, wie ich auch in einem meiner letzten Videos anhand offizieller Quellen belegt habe. Während das also der Fall ist, ruft man hier den Kampf gegen Omikron aus. Am 5.1. zwei Tage später. Nach dem letzten Bericht. Lauterbach, rasche Impfpflicht ohne Register. Gesundheitsminister Lauterbach strebt die rasche Einführung einer Corona-Impfpflicht ohne Aufbau eines Impfregisters an. Es muss jetzt wirklich übers Knie gebrochen werden. Und natürlich verschärfte Kontaktbeschränkungen. Ganz klipp und klar, das darf auch nicht fehlen. Verschärfte Kontaktbeschränkungen, ganz wichtig. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch noch einmal auf Südafrika blicken. Denn die haben die Corona-Ausgangssperren aufgehoben. Und das noch vor der Silvesternacht. Die Lockerungen kamen dort noch vor der Silvesternacht. Experten sind optimistisch, dass das Land am Kap der guten Hoffnung die Omikron-Welle überstanden hat. Und ihr habt gesehen, mit einem wirklich minimalen Schaden. Wenn man sieht, was man hier für ein düsteres Szenario für Deutschland zeichnet, die eine deutlich, ja fast dreimal so hohe Impfquote haben und eine, ja auch schon fast 40% oder 40%ige Boosterquote hat. Da frage ich mich wirklich, was ist hier los? Aber es wird ja noch besser. Die Impfpflicht muss schnell kommen, sagt Panikkalle. Ich kann nicht mehr anders, denn das tut mir leid. Wir können nicht darauf warten, dass eine Impfpflicht überflüssig wird, weil wir eine sehr hohe Durchsorgung der Bevölkerung haben. Und da musste ich kurz innehalten, nochmal zurückgehen und nochmal von vorne lesen. Wir können nicht darauf warten, dass eine Impfpflicht überflüssig wird, weil wir eine sehr hohe Durchsorgung der Bevölkerung haben. Aber das war doch das Ziel. Wir wollten uns eigentlich, wir wollten eigentlich Fletten the Curve machen. Wir wollten uns durchsorchen. Wir sind jetzt schon zwei Jahre dabei. Und dann sollte das Leben zurückkehren. Das natürlich nicht dieses Konsumleben, da bin ich auch kein Freund von, aber das einigermaßen normale Leben. Ohne Masken, ohne Kontaktbeschränkungen und so weiter und so fort. Und jetzt wird hier tatsächlich geschrieben oder gesagt von Karl Lauterbach, wir können nicht darauf warten, dass eine Impfpflicht überflüssig wird. Also das ist schon echt eine Aussage, die einem wirklich die Schuhe auszieht. Und was anderes kann man dazu nicht sagen. Natürlich können wir darauf warten, dass eine Impfpflicht überflüssig wird. Und wenn wir in anderen Ländern sehen, was da passiert. Aber weiter. Er braucht jetzt, also Panikalle braucht jetzt eine unbürokratische Impfpflicht. Omikron als schmutzige Impfung ist keine Alternative zur Impfpflicht. Jetzt ist also eine Durchsorgung mit einem Virus, das einen milden Verlauf hat, eine schmutzige Impfung. Vorher war es ja eigentlich der wünschenswerte Weg zu einer Herdenimmunität, insofern der überhaupt möglich ist, bei einem Virus, das bis zu 4.000 oder 5.000 Mal im Jahr mutiert. Das muss man ja auch noch, wie sagt man so schön, mit einbeziehen. Ja, und dann geht es weiter. Eine Impfpflicht soll unbürokratisch sein und bevorzugt ohne Impfregister auskommen. Es soll auch keine neuen Meldestrukturen geben. Das ist die Aussagen von Karl Lauterbach. Das wirkt panisch. Das wirkt so, als wenn jemandem die Zeit davonläuft, irgendetwas noch durchzuziehen. Das wirkt nicht souverän, das wirkt nicht verantwortungsvoll und es wirkt noch weniger seriös. Das ist meine Meinung. Und dann diese Knallermeldung heute. Um 18.31 Uhr am 5.01. Mitglied im Deutschen Ethikrat sagt, das sind keine unzurechnungsfähigen Irren, sondern ernstzunehmende Bürger. Das auch bitte an die Adresse von Herrn Lauterbach. Es sind keine unzurechnungsfähigen Irren, sondern ernstzunehmende Bürger. Und weiter heißt es, Ethikratsmitglied Steffen Augsberg spricht sich für eine erneute Kehrtwende in Sachen Impfpflicht aus. Auch wegen der Unsicherheiten durch Omikron. Es sei Wunschdenken zu glauben, dass eine Impfpflicht aus der Pandemie herausführe. Es fehlen wichtige Daten. Und genau das ist es. Hier wird schon wieder mit Kanonen auf Schwatzen geschossen. Man wird schon wieder einschränken. Man ruft schon wieder nach schrillsten Mitteln. Und ohne überhaupt mal zu gucken, was passiert da eigentlich woanders. Was sagen eigentlich die südafrikanischen Wissenschaftler, die von einem Freund sprechen, wenn sie von Omikron sprechen, als von einem Feind. Aber da spielt hier alles keine Rolle. Und man fragt sich, also wer fragt sich eigentlich noch, dass es alles ein bisschen seltsam ist. Zumindest ein bisschen seltsam ist, dass hier so ein Alarmismus betrieben wird. Ständig von besorgniserregenden Daten. Ständig ist alles besorgniserregend. Das ist immer alles alarmiert. Immer schlagen alle Alarm und so weiter und so fort. Während man in Südafrika in einem Land mit Slums und wirklich schlechter, also bestimmt schlechterer Gesundheitsversorgung als hierzulande, schon vor Silvester die Beschränkungen, die Ausgangsbeschränkungen wieder aufhebt und so weiter und so fort. Und die Zahlen gehen trotzdem weiter in den Keller. Ja, darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Und damit möchte ich das Video auch beenden. Das ist vielleicht doch schon ein bisschen länger geworden, als es mir eigentlich vorgenommen hatte. Ich würde mich natürlich sehr dafür interessieren, wie ihr die Dinge seht. Ich diskutiere ja gerne mit euch, wie ihr das mittlerweile mitbekommen habt. Sachlich natürlich. Und teilt es mir doch bitte in den Kommentaren mit. Ansonsten nochmal vielen Dank für deine Zeit, dein Interesse. Und wenn dir das Video gefallen hat, folgt mir noch mit einem Abo oder gib mir einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, schreibt mir mal rum. Alles andere, ja, vielleicht beim nächsten Video, wo ich dann hoffentlich jeden von euch wiedersehe. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe, bleibt gesund. Und das in jeder Hinsicht, nicht nur in Corona-Hinsicht. Bleibt gesund, munter, seid glücklich. Und ja, viele liebe Grüße, euer Schwarzer und Schollokhaus. Ciao.